So, ich musste die letzte Aufnahme erstmal kurz unterbrechen, weil ich erstmal neugierig war, ob das mit der Aufnehmerei geklappt hat, äh geklappt, nicht geklappt, geklappt hat und ja, die, ja sonst wäre es ja nicht da, es hat wunderbar geklappt. Auf jeden Fall, jetzt bin noch was anderes aufgefallen, dass ich wieder mal total blind war, also ärgert euch nicht, ich gehe nochmal zurück zu dem Schiff, irgendwie habe ich die zweite Kiste voll übersehen, ich denke beim Gucken, beim Überprüfen, na, sag mal Stefan, hast du denn einen anderen Waffel oder was, du kannst doch die Kiste nicht übersehen, aber mir passiert sowas halt ständig. So, jetzt weiß ich gar nicht, waren wir hier schon drin? Ne, hier waren wir noch nicht drin, gell? Wie weit waren wir jetzt eigentlich schon hier? Das hat sich, ne, das habe ich mir auch noch nicht richtig angeguckt, genau. So, gucken wir hier rauf. Ah, hier oben hat er gewohnt, der Kollege. Ah, noch ein Buch. Die Brut. Wieder was vor zu lesen für euch. Simon B. Ach du Scheiße. Outenried. Was haben die sich für gemeingefährliche Namen da einfallen lassen? Lest es euch durch. Ich bin zu faul, das zu lesen. Okay, mitnehmen. So. Ne, ich habe echt gedacht, ich spinne, ja. Guck mir das Video an, wo ich in dem Kutter da unten rum... Und noch eine Rolle hier. Wo ich in dem Kutter da unten rum torne. Knochen, 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 Knochen. Ich denke, das war mir ein bisschen bescheuert. Wieso hast du die Kiste nicht gesehen? Aber so ist es halt beim Spielen. Hier liegt was. Flugblatt. Nieder mit dem Tyrann. Stürzt den Kanzler. Freiheit für Nähren. Naja. Käserrat. Geht das mit zu schwer. Äh, aber ich war mir noch... Ups, hier oben ist die Kiste. Hammer, haben wir auch immer gemütet. Ach, den Hammer habe ich auch noch gesehen, habe ich gesehen. Oh, das ist nicht ganz so problematisch. Da vorne steht wieder einer. Dann haben wir gleich mal eine drauf brettern. Oh, okay. Jetzt wieder aufstehen. Na, komm. Schön, wie ist die durch die Gegend? Oh, noch einer. Strom, Alter. Wie ist die jetzt mal durch die Gegend? Weil, die könnte ich mich mal beantworten. Ach, ja. War ja wohl nicht so, oder? Schütz hat sich verbessert. Oder gefragt. So. Oh, stumpfes Clemo. Keinste behalten. Kohle, Herr, Hammer, Herr. Was hat denn die hier mitgehabt? Eine Stahlkrieg-Axt. Eine Stahlkrieg-Axt. Oh, 25 stinkt. 35 stinkt, die könnte ich zu behalten. Templer-Handschuhe nehmen wir mit. Mit Rüllstiefel. Kettenkörass. Für 25 Ecken nehme ich das Ding nicht mit. Jetzt können wir uns schon nicht mehr bewegen. Na, okay. Wollen wir auch was. Herr Schnecke auch irgendwas aufdrängeln hier. Äh, Eisenkotz, ich wäre hier weg damit. Bringt eh keine Kohle. Wieder leerer beschlagener Bohren. Nein, bringt nur 50. Ach ja, na, was soll denn das hier? Was soll denn das hier mit dem Ort? Ach, Moment. Erstmal, äh. Erstmal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. So. Unser Bogen mal reparieren. Skandana mal reparieren. Funkenbogen kann man nicht reparieren. Einfach mal den ganzen Rassieren. Einfach mal Klamotten, 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 Klamotten. Klamotten mal reparieren. Ja. Äh, so ein Rocken, was wichtig ist, was wir brauchen. Äh, nee. So reparieren wir halt von oben nach unten. Silberbogen, wieder abgebrochen. Erhöht ja schließlich unsere Handwerksfähigkeiten. Und bringt ja auch mehr Kohle, wenn wir es verkaufen gehen. So. Wir haben noch sieben Hämmer haben wir noch. Äh, höhöhöhöhö. Äh, wir wollten wieder auf Dings hier gehen. Gucken wir uns das Thema, ne. Sehr muschi. Hättest du dich noch mal lieber ein bisschen poppen lassen. Und nicht hier rumgemotzt. Wurde es jetzt noch leben. Oh, das sind wir knacken, ne. Mach mal, ich mach. Oh, das ist eh ditrich. Noch Gott fort. Ach, hier wackelt wieder. Textur. Siegelring des Glücks. Schlecht. Nicht schlecht, sprach der Specht. Aber ich glaube, wir sind hier noch nicht ganz fertig in diesem. Oh, da wohnt jeder. Ach, komm, wir können auch sehen, ob der Farben nachwärts ist. Okay. Okay. Wer rummott kriegt einen verwandt. Blündern wir den erst. So, was haben wir jetzt noch hier? Ah, das ist merkbar, dass ich im Übrigen, gell. Das steht hier auf 11, 9, 10. Und jetzt will ich euch mal was zeigen. Das will ich euch erstmal zeigen. Ich habe, wegen, weil ich mir gedacht habe, ach, scheiße, wir können so wenig mitnehmen. Ja, weil ich das hasse, dass wenn man so wenig mitnehmen kann, wo man die Hälfte liegen lassen muss. Und da habe ich gedacht, okay, erhöhste mal, ne Quatsch, das ist ja hier irgendwo, erhöhste mal deine, 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 deine Tragfähigkeit. Ey, guck mal hin, ich bin auf Fehler 5000 Punkte. Und es erhöht sich einfach nicht. Sehr merkwürdig, oder? Bleibt, steht bei 11, 9, 10. Schon die ganze Zeit. So, das lohnt sich, das lohnt sich, das lohnt sich. Kohle lohnt sich. 25. Okay, wir nutzen jetzt mal mit. Wenn wir uns selbst wieder. Äh, wir kommen gleich, ich glaube, was raushauen hier. So, was brauchen wir hier? Oh, na hier, 25 Punkte und da, na hallo. Was ist denn das für ein Rotz? Runenverziertes Eisenlangschwert. 20 Ecken und 25 Gewicht. Schleppen wir mit uns rum. Eine Rotz, ein Schwein. Na, das bringt mir die Kohle. Ach, hier. Ach, na, ich glaub's ja wohl nicht. Wollte ich mich nicht wundern, dass ich so, aber das geht noch. Schnümpfes, glaube ich, bringt das Schuhle. Da lohnt sich's hier. Okay, also, Kohle-Gewicht-Verhältnis. So, und da halten wir auf jeden Fall alles. Noch 272 Kilometer. So, und jetzt können wir den auch gerne draufbrettern hier. Erst zweimal Dürr, und dann jemals Dürr, da darf er schon fast durch. Wow, da kommt jetzt, wie langsamer Kollege. Wirst du noch irgendwas? Ne. Keine Ahnung, wo wir rauskommen, aber auf jeden Fall die Zeit nicht. Auch, da hat auch so ein Funkenbohren. Äh, 25, 11, äh, naja, naja. Gut, wir nehmen's mal mit. Äh, was hat er hier? Mit Drill, mit Drill. Tüttrich ist immer gut. So, deine Pfeile kannst du behalten. Äh, ich brauche nicht, wo wir hier auch mal rauskommen. Komm, wir hier, wenn wir hier rein springen, kommen wir aus dem Wasser wieder raus? Oder sind wir dann hier? Das ist wieder, kann man sich wieder raus, wenn wir hier rein springen. Aber ich trau den Frieden hier nicht. Seht ihr hier unten irgendwas? Ne, ich liege so aus. Ich dachte, das Film vielleicht der Kastler ist oder sowas. Ne, lohnt sich nicht, da rein zu hüppeln. Auch kein Eingang zu irgendwas. Vielleicht wird nur hier raus. Ach, ich will's nicht auskirren. So, wer wohnt hier? Ist der Rudi hier? Ey, wie das ist das? Können Strom versauen? Und... Meine Oma ist wehrhaft. Deine Oma ist wehrhaft, als ich? Naja. Wie wehrhaft bist du, die Rübe? Was haben wir da an? Sieht interessant aus. Carthor. Ach, da haben wir garantiert wieder irgendeinen... Was? Schatten... Schattenhauch-Tunika. Und? Da tut bestimmt wieder so ein Fenster aufflappen. Ha, genau. Umarmung der Verborgenheit. So, Silberkopfschwerf, das bringt richtig Kohle. Okay. Aber was, wenn wir jetzt gerade wieder geröstet haben hier? Ach, hier ist zu Ende die Höhle. Hier ist eine Tür, hier oben. Ach, wo ist hier eine Tür? Ne, egal. Wir gucken uns hier mal um. Das hat alles gelagert, hat der Kollege. Genesungstränke. Eine Truhe. Wenig Gold. War ein armer, ein armer irgendwas. Seelenfalle. Keine Ahnung, von was das Secret gut ist. Aber es bringt richtig Kohle, sehe ich gerade. Na, gucke an. Das bringt gar nichts. So, das war jetzt den ganzen Rotz Flugblätter. Wo ja, wenn. Aber schon. So, ja, hier auch etwas. Heierbettchen. So, was übersehe ich wieder. So, drüben ist noch was. Ein Bierchen. Geht es noch, müssen die mir irgendwelchen Alp aufdrängen, wo ich kein Alkohol trinke. Ach, hier geht es raus. So will ich noch nicht lang. So will ich noch nicht raus, als war es da. Okay. Denn hier unten war ja auch noch irgendwo. Äh, wie auch immer richtig hier. Aber er war dort. Denn hier war doch, genau hier war doch noch mal ein Ding hier, wo wir noch nicht drin waren. Also wenn wir da erst mal hin. Und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Tata. Oh, das ist noch schneller. So. Zwei, vier. Hier. Äh. Also doch hier muss ich wieder. Ich bin das immer noch von Divinity gewöhnt. Da brauchst du bloß kurz anzutippen. Oh, da schießt hier ins Eis, der Kollege. Ach, ne Sorge mal. Das ist ne Heizungspieler, das dürfen wir gar gehen. Störbt du gut hier. Ach, das war, das war ziemlich alles. Ja, mit dem Stab. Das haben wir noch verkaufen. Schon wieder Bier. Guck. Wo hol ich hier mehr? Ne. Äh, ich hab gerade einen Satz angefangen, hab ich ihn wieder vergessen. Leinen. Das weiß ich nicht. Na, ich darf mich haben. Na, na, hallo. Ist das Apple oder was? Ah, hier schließt was. Guck mal rein. Trank kranzig. Eine Rolle für irgendeine Rolle. Dort Zauberung. Naja. Bisschen getrimpelt liegt hier rum. Guck mal rein. Eine Sense. Da ist gar nichts drin. Äh, leck mich doch. Hallo. Hier drüben auch schon was. Was habt ihr versteckt? Ihr verkackten Koblenz. Damit haben wir die Ecke auch ausgemerkt hier. Kann man mal gucken, wo wir rauskommen. Jetzt bin ich jetzt wirklich echt gespannt. Ich vermute, wir kommen auch irgendwo mitten in der Stadt raus. Jetzt rüchte ich hier raus, hörst du, gell? Ne, doch hier lang. Sehr lang. Äh, wie hieß der Eingang? Alles, falsche Richtung. Danke. Egal. Auch in der Arena oder irgendwas braucht es doch. Ich vermute, wir kommen in der Stadt raus. Ach, nee, die Turnierplatz. Wenn der Turnierplatz stand doch was da. So. Ach nee, Wald von Saladin. Wo kommen wir jetzt raus? Na, da sieht ja auch aus, der Kollege hier. Ach, die Zigarette anbrennen. So. So, na komm. Machen wir ein bisschen hin. Ich bin neugierig. Ich will's wissen. Ich will's wissen. Wo zur Hölle sind wir jetzt hier? Ja. Ja, danke. Äh, Standort erst mal und dann World Map. Ach, hier oben sind wir rausgekommen. Na, hier ist was los. Aha. Ach, Turnierplatz, genau. Da braucht auch keine Leile Turnierplatz. Ja, zumindest ist es mit kleinen Dings hier irgendwo in. Aber wieso wird das Ding jetzt nicht angezeigt? Wo, was ist das hier? Wie ist er? Ach, das ist der Turnierplatz. Ach, ich wollte gerade sagen, das sieht ja aus wie Galgen hier. Ach, hier ist das der Turnierplatz. Ja, guck mal, was es gibt. Ne Bronzerhaltskette. Orangen. Brümschlauch. Rauch. Geratan ist Rauch. Also nimmt er was zu Rauch mit. Äh, bleib hier. Gut, ich hab. Oh, so was haben die Verrückten sich geklappt. Ach, die sind hier schon interessant aus, gell? Interessant gemacht. Hütter. Da sind drei DOS drinne. Ich steck doch gerade wieder mal, wie's böse Elend. Da ist ein Hut. Komm und die hier rein. Die sind ziemlich groß. Vom Reinkommen scheinbar nicht. Oder? Ne, kein Eingang. So, was war hier drüben noch? Ich hab ein Bogenschießen üben hier. Die wollen wir halten. So. Ach, genau die bitte. Wo soll ich leider? Ach, schade, war schon schnell genug. Hätt ich wieder gekriegt. Aber wo ein Tier? Leicht Gerät wagen am Turnierplatz. Äh. Ich sehe, vielleicht ist da was irgendwas Sinnvolles drinne. Ein Hammer. Kiste. Walden. diferente. Wohra-Kiste. Gold. Na? Äh, nee, will ich nicht haben. Zar бы vous n'aнет. Da will ich auch nicht haben. Äh, den watershrank s'behalten. ok zwischenzeit wieder zwei schmitte können wir auch gleich reparieren haben wir haben 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 auch spitzhacken oder sechs spitzhacken auch so weil die kaputt ja genau wenn sie uns nicht verhaften wegen dem hammer so war ich noch irgendwas das ärgert mich fast ein bisschen dass man eigentlich momentan überhaupt nicht mit diesen mit diesen pflanzen da anfangen können entdeckt jetzt jetzt wo wir weggehen wollen so auch war entdeckt von ihr platz na danke wo ich gewisse sogar in der richtigen richtung unterwegs will sie mitnehmen das ganze nie was verkehrt machen außer da habe ich den knallblätterpilz da ist natürlich scheiß ach wir wollten ja ehemal über diese kopf war das hier auch war das hier wo war das eigentlich mit der brücke hier oder vorn um getanzt sind ach nee das wort die brücke hier die turnierplatz steht jetzt alles noch bevor leide das steht uns alles noch bevor diese ganze riesigen riesige gegen hier das ganze nordbereich hier was ist das nordwall na das wird lustig da können wir noch rum matzen ohne ende heil die esse auch hier runterwärts gehen wir auch noch nirgendwo was wir bis jetzt auch für ein ganz kleines gebiet erkundet haben eigentlich gell ach na herrlich so äh genau hier geht's lang lad's schon ein bisschen durch den wald Thieringer läuft gern durch den wald kacke wald oder wenn sie sagen was steht da hinten noch die muschi wollte rum matzen haupt aus gesehen war ja wenn nix herr mit einer robe das heißt es als schlacht die mögliche schaden hier noch mal reingucken wie sieht man eigentlich mit dem transportstandort und wie sieht es mit den gewichten aus ja komm mit dem weinen die gute stube meiner kapelle mensa so was habe ich gerade gelesen noch im letzten augenblick oh da wollen sie rum matzen sieht er das meine oma ist wehrhafter als du ja komm dann zeige ich welche oma wehrhafter ist ach und da habe ich gedacht das macht mir auch was aus was wir da für ein steil ist da hast du dich auch getäuscht das macht mir auch nichts mehr nix in dir rübel und dir auch nicht muschi oh das war zu kurz ha und da hat mir auch nichts mehr nix in dir rübel und fliegt die telepotte so ist er auch mitgebrachter kollege steil kurzschwert kann man nimm was schlacht kapuze mhm und das feder bis zweig oh der ist natürlich ja ich bereich mir nicht mehr das mit machen wir nacken kollege roteläptoräder so kann ich aber auch die dumme putte wer tanzt hier aus dessen grab die dummes stück so gut schlachtrube her machen wir die alte nackig ach guck mal kein Dings hier noch die Schnecke nicht mehr so so oh hier auch hier aus so mana kapelle mensa und das Ding da hat auch etwas nacken Feuer ein bisschen eine dänkran vielleicht findet man hier mal ein Dings hier vielleicht sind wir ja wieder mal in diamanten oder so was du passt der intelligenz was ist das vom lehrling noch mit das ist das mörser noch mit los aber ganz geball hier ist mein symbol hier auch wieder mal kein ding hier drin in der morgen die sich dreht hier haben wir noch kein stein hier gibt es überhaupt nichts weiter drin hier geht es doch nicht weiter wie sie dann meiner kapelle kein magisches symbol hat sich ja überhaupt nicht gelohnt das hat mir trottel gebraucht gar nicht ein bisschen ramsch alles hier